Na, na, wieso ist denn der Bögel da so locker? Wieso ist denn der Bögel da so locker? Hast du ihn wieder kaputt gemacht? Hast du es wieder kaputt gemacht, ja? Also bei mir ist der immer total stramm, bei mir wackelt da nix. Der ist da noch halb auf, jetzt mach den mal richtig zu. Geht nicht. Und auch mal anders gefragt, mach den Bögel mal auf. Geht nicht, geht nicht auf. Ja, wenn er nicht aufgeht, dann ist er zu, ne? Servus! Griezi! Und Talon! So! Dann könnt ihr gerade noch mal kurz die richtige Sitzposition einnehmen. Einmal nach links gucken. Einmal nach rechts gucken. Einmal nach unten gucken. Den Fußboden hallo sagen. So! Und hier, 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 einmal tief durchatmen, durchatmen, einmal tief Luft holen, so, so. Danach die Mund aber bitte wieder schließen, sonst werden die Milchzähne sauer, sauer. Und hier! Hier, hier, an, hier, an, hier, an! Eeeeh! Wow, wow, wow! Alter Schwede, 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 are Sie auf die Pomme! Vfff! Vff! Vоїi! So, können wir zwischendurch gerade mal eben durchzählen, einmal bitte durchzählen, einmal bitte durchzählen, ich muss noch mal kurz wissen, ob alle da sind. Hat irgendjemand seinen Beifahrer verloren? Nee, alle noch da? Den muss ich fragen zwischendurch, den muss ich fragen, wo wir das letzte Mal hier waren, haben wir auch einen verloren, den suchen wir heute noch. Also falls euch jetzt während der Fahrt was auffallen sollte, bitte dann ja mal Bescheid sagen, danke, weiter, weiter, brau. Macht man mal so ein bisschen Blödsinn mit dem Apparat. Wir schaffen Platz für die Bratwurst danach, Mahlzeit. Jetzt sind die Bauskling H 웃f Halbzeit,kinkelpause Die dürfen auch laufen So, so, Ende, 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 aus die Maus, wir sind back to the base, Freunde, ihr habt's geschafft, brr, 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 so, den Bügeler bitte einmal kurz zum Körper heranziehen, dann geht er auf. Ihr müsst auch ziehen, sonst geht er nicht auf. Aber erst wenn ihr oben seid, geht er auf. Mach's mal auf jetzt, ja, doch, das machen wir jetzt, das machen wir jetzt, das machen wir, ja, ha, ha, ha. So, Achtung, jetzt machen wir die Bügel auf. Ich zähle bis drei und bei drei springt ihr bitte alle gleichzeitig raus. Und wer dann als erstes unten angekommen ist und sich am wenigsten weh getan hat, der oder diejenige bekommt dann, äh, Lolli. So, so, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Elements, die hatten Bitfall. Dann lieber die Raulermin, die Raulermin. Letzter Schuss. Viertel ist Finale. Letzter. Letzter. Und nicht vergessen, heute ist so ein schöner Tag, lalalala, Personen am 18.